Moin Leute, Projekt Gaming PC, ich begrüße euch zum Part 2. Heute habe ich das Netzteil von meinem PC gekriegt und ja, das werden wir jetzt gleich mal zusammen auspacken. Und los geht's. So, da ist das gute Stück. Aufgemacht wird das Ganze hier mit, habt ihr gerade gesehen, ja. Upsa. Mit dem Messerchen, mit dem Karambit. Standesgemäß. Und mal gucken. Mit einer Hand filmen, mit der anderen schneiden. So. Ist alles möglich hier. Wo schneiden wir denn noch auf? Da oder da? Hm. Ach, was ist das? So. Da ist noch so ein Schlitz. Hier. Noch mal runter sägen. Und hier das gleiche auf der anderen Seite. Hier. Ah, ich freue mich. Echt wirklich. So. Das Messer einmal zur Seite. So. Einmal durchs Rum gucken. Ich finde gar nicht so schlecht. Ich dachte eigentlich ist es so ein Karton, den man so zick so aufmachen kann. Aber irgendwie. 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 Erstmal hier. Das weg. Irgendwie nicht. Doch. Seal Sticker. So. Be quiet. Einmal System Power User manuell für die 4,5 und 600 Watt Dinger. Einmal Verpackung mit Kabellage. Oha. Okay. Ziemlich, ziemlich viel Kabelei. Ziemlich viel Ansteckerei. Und einmal der Stromanschluss. Und einmal das schöne kleine Netzteil mit. Hihi. Lustiger Folie. Geile Sache. Bis gleich. So. Weg ist es. Huh. Nein. Das ist dreckig. Das Kabel. Nein. 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 Spaß. Da wollte eine Schraube von meinem Gehäuse. So. Oh. Ehh. Mehr Schraube. So. Und zwar musste ich jetzt hier. Hier vorne ist ja die Glaswand. Musste ich jetzt gerade mal hier hinten. Hier seht ihr gerade den einen Lüfter hinten. Musste ich auf der anderen Seite das mal abmachen. Und mal gucken. Wie sieht denn das eigentlich aus? Passt das hier rein? Weil das hier so ein kleiner Schacht und naja. Also. Es passt hier gut rein. Das kommt da jetzt gleich rein. Und die ganzen Kabel müssen. Passt auf. Hier durch die ganzen kleinen Öffnungen müssen die nach oben. Hier sind schon ein paar Kabel drinne. Für die Lüfter hier vorne und für den Lüfter da hinten. Ja. Hier. Seht. Da ist ganz viel Krempel drinnen. Hier ist noch für USB. Ja. Ist es drinne. Es muss noch festgeschraubt werden. Da unten sind die ganzen Kabel. Aufgepasst. So. Hier ist es ein bisschen dunkel. Hier die ganzen Kabel. Hier sind zwei Öffnungen. Und durch die Öffnung ist das jetzt alles nach oben gekommen. Das wird noch lustig hier. Das wird aber später erst lustig. Bisher. Ja. Und hier hinten. Hier wird es jetzt festgeschraubt. Unten drinne. Mit den Schrauben. Die dabei waren. So. Das mache ich jetzt. Fertig bin. Zeige ich euch wie es am Ende aussieht. GG. So Freunde. Jetzt sind alle schon zusammengebaut. Ihr seht mich gerade hier. Hi. Ein bisschen dreckig ist das Ganze schön geworden schon. Da drin sind die ganzen Kabel jetzt. Ihr seht die ganzen Kabel. Und hinten festgeschraubt. Mit eins. Zwei. Drei. Vier. Schrauben. Das Be Quiet Netzteil. Was wir bearbeitet haben. Jawohl. Sehr schön. Ein weiterer Schritt in Richtung Projekt Gaming PC Fertigstellung. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Video. Ihr seht ja mein Spiegelbild. Tschüss Leute. Bis dann. Hau da rein. Und. Ciao. Bis dann.